Herzlich Willkommen zum heutigen Video. Es ist ein weiteres Video in der Reihe YouTube Traffic Tipps und es geht heute ganz einfach um die Abonnenten. Sie sehen ich habe hier selber erst 77 Abonnenten aber auch das ist ein wichtiger Faktor um Klicks zu erhalten auf YouTube denn wenn sie viele Abonnenten haben dann bekommt auch jeder dieser Abonnenten sofort eine Benachrichtigung wenn sie ein neues Video hochladen. Und der klickt dann natürlich im besten Fall dann auch drauf und das sind natürlich weitere Klicks und man kann auch hier die Bindung zu seinen Abonnenten erhöhen wenn die merken dass relativ oft ein Video hier hochgeladen wird. Wie macht man das? Das kann man entweder ich zeige es Ihnen jetzt mal mit diesen Anmerkungen machen. Ich zeige Ihnen in einem anderen Video dann wie man diese Anmerkungen macht. Sie sehen ich habe hier einfach diesen Kasten eingefügt wo drauf steht hier Kanal mit einmal Klicke abonnieren das heißt wenn man hier drauf klickt kann ich Ihnen ja zeigen dann kommt man sofort hier auf dieses Fenster das ist übrigens ein spezieller Link dazu gibt es aber ein anderes Video das Sie sich unbedingt ansehen sollten wenn Sie dieses Thema interessiert. und dann kann man mich hier abonnieren und der Trick dahinter ist einfach darum zu fragen weisen Sie die Leute darauf hin entweder mit so einer Anmerkung dann können Sie auch ein vielleicht sogar ein Bild einfügen das geht hier wenn Sie ein Bearbeitungsprogramm für Videos haben das Sie dann auch mit einer Anmerkung verlinken dann können Sie auch hier diesen Kanal Kasten einfügen dazu gibt es aber dann auch noch ein anderes Video. Das heißt das sind so Tricks und einfach am Ende des Videos oder vielleicht am Anfang bereits des Videos sagen wenn Ihnen dieses Video gefallen hat dann abonnieren Sie jetzt bitte meinen Kanal in den Sie auf diese Anmerkung klicken oder auf diesen Link klicken oder wo auch immer falls Sie kein YouTube Partner sind dann können Sie den Link einfach unten in Ihre Beschreibung rein packen dann weisen Sie eben so darauf hin dann sagen Sie wenn Ihnen das Video gefallen hat klicken Sie unten in der Beschreibung auf den Link dann erhalten Sie immer meine Updates. Das war es eigentlich schon zu diesem Video das sollte man überall hier ein bisschen einbauen und auch hier gilt wenn es Ihnen gefallen hat bitte klicken Sie mag ich würde mich sehr freuen Sie können mir auch gerne Ihre Kommentare hinterlassen oder wenn Sie Fragen haben schreiben Sie mir die einfach unten drunter und dann des weiteren was auch der Grund für das heutige Video ist abonnieren Sie meinen Kanal dann erhalten Sie immer alle Updates. Gut das war es eigentlich schon wieder zu diesem Video und ich freue mich aufs nächste. Wiedersehen.